Das Hotel Alp liegt in Kusadasi in türkischer Gäse. Das Hotel Alp ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 10 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel Allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,8 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 3,8 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Zimmer. Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.